Hallo ihr Lieben, willkommen zum letzten Tag unseres veganen Schulprojekts. Ich habe jetzt nichts vorbereitet, ich werde einfach aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich bin wirklich, was am präsentesten ist, ist, dass ich wirklich kaputt bin. Das war eine sehr intensive und sehr arbeitsreiche Woche. Unterm Strich aber eine sehr erfolgreiche Woche. Heute war der letzte Tag und ich habe den Tag damit begonnen, rein formal habe ich gesagt, lasst uns noch das Arbeitsplatz zum Film von gestern kurz besprechen. Wir sind dazu nicht rausgegangen, die Schüler hatten auch keine Lust mehr da so groß zu reflektieren und zu sprechen. Und danach habe ich einfach das ganze Projekt ein bisschen rekapitulieren lassen. Ich habe gesagt, wie schätzt ihr das ein jetzt diese Woche, wie ist die für euch gelaufen. Ja und heute war wieder eine andere Stimmung. Das lag mitunter auch daran, dass wieder ein zeitlicher Abstand natürlich dazwischen lag zum gestrigen Tag. Und wir hatten zwei neue Teilnehmer, die die ganze Woche krank waren. Die konnten nicht teilnehmen, aber jetzt am letzten Tag, die hätten eigentlich auch die ganze Woche natürlich sich krank schreiben lassen können. Aber die wollten am letzten Tag dann noch dabei sein, als es wieder möglich war. Die hatten mich noch angeschrieben, können wir noch dazukommen. Und ich habe mich da sehr gefreut. Und die kannte ich auch beide von früher. Also der eine ist etwas älter, ist schon in der Q2. Das ist der älteste Schüler dann im Projekt. Und das ist auch in meiner Philosophie-AG. Und dann war noch eine Schülerin da, die am Tag davor auch krank war. Die ist auch bei mir in Ethik. Und auch eine sehr verständige, kluge. Und so war dann doch das Verhältnis auch wieder etwas ausgewogener. Und ja, dann haben wir einfach die Woche ein bisschen reflektiert, Revue passieren lassen. Und das war diesmal wirklich schön. Also alle haben eigentlich gesagt, dass sich in ihnen was verändert hat. Dass sie natürlich einen anderen Blick auf das ganze Thema haben. Vieles war ihnen so nicht klar vorher. Und ihre Einschätzung veganem Essen gegenüber hat sich auch zum Positiven verändert. Und es hat ihnen wirklich alles geschmeckt, was sie gemacht haben. Wir haben dann auch nochmal diese Abfrage gemacht, wenn ihr euch erinnert, für wie schwierig hältst du es, dich vegan zu ernähren. Das ist jetzt aber wirklich überhaupt nicht repräsentativ. Aber ich habe es nochmal abgefragt. Also eine Eins war, ich halte es für sehr, sehr schwierig, mich oder sich allgemein vegan zu ernähren. Und eine Zehn war die Einschätzung, ich halte es für sehr einfach, das umzusetzen. Ja, diese Frage kann man unterschiedlich interpretieren. Deswegen ist das jetzt wirklich nicht sehr aussagekräftig. Es war dann auch im Gespräch nochmal klar, dass man, sie haben gesagt, ja meinen Sie jetzt in meiner familiären Situation, also für mich oder allgemein betrachtet. Insofern kann man da jetzt nicht viel drauf geben. Aber trotzdem, im ersten Umfrageergebnis hatten wir einen Durchschnitt von 4,9 und diesmal einen Durchschnitt von 5,8. Das ist eine Steigerung von knapp 20%. Das kann man erstmal so stehen lassen. Das heißt auf jeden Fall, dass ich doch zum Positiven, ja und Sie haben es ja auch nochmal bestätigt, dass sich Ihre Haltung und Einstellung zu dem ganzen Thema verändert hat. Dann habe ich einfach mal heute weniger so vorgetragen. Ich habe einfach gesagt, nachdem wir uns jetzt recht viel damit auseinandergesetzt haben und jetzt auch nochmal neue Leute anwesend sind, würde ich gerne nochmal einige Thesen in den Raum stellen, die ich so vernommen habe, auch gestern vor allem. und dann würde ich einfach gerne hören, ist das für euch ein überzeugendes Argument, ja oder nein. Und dann habe ich eher so die, also fast ausschließlich die Schüler einfach miteinander, ich habe nur ein bisschen koordiniert, wer drankommt, untereinander diskutieren lassen. Also ich habe gesagt, also die Aussage, es ist eh schon tot. Wie überzeugend ist das für euch? Und da waren heute doch wieder, heute wieder ein ganz anderes Bild, ja. Und man hat eigentlich eingesehen, dass das kein sehr überzeugendes Argument ist. Dann habe ich gesagt, ja eigentlich haben wir dann nur über zwei große Thesen diskutiert, das andere war, es sind ja Nutztiere. Und das war jetzt tatsächlich kontrovers. Ich würde mal sagen, vielleicht ein Drittel fand das ein überzeugendes Argument, zwei Drittel eher nicht. So meine grobe Schätzung, meine Wahrnehmung, und das wurde auch selbstbewusst vertreten. Und das war auch für mich interessant, weil natürlich aus tierethischer Sicht ist das ein schwaches Argument, einfach willkürlich eine Klasse Tiere als Nutztiere zu bezeichnen und sie dann auch anders zu behandeln als andere Tiere, Haustiere, Wildtiere. Und ja, das ist doch festgefressen, so gesellschaftlich auch. Und ich habe trotzdem gemerkt, dass diejenigen, die das vertreten haben, es gibt nun mal Nutztiere und so weiter. Also nur mal, um ein Beispiel zu nennen, damit ihr auch seht, dass da teilweise ganz absurde Gedanken im Hinterkopf sind, mit denen man überhaupt nicht rechnet in dem Moment, wo man die Frage stellt. Also ein Argument war, ja Nutztiere kann man ja auch nicht einfach in die Freiheit entlassen, die werden ja gar nicht überlebensfähig, deswegen ist es wichtig, sie als Nutztiere zu halten und zu verwerten. Und da muss man dann halt klarstellen, dass es ja nicht darum geht, jetzt einen Schweinestall zu befreien und die Schweine im Wald auszusetzen, sondern es geht eher darum, keine neuen nachzuproduzieren. Und ja, was würde man mit denen machen, die es jetzt schon gibt? Das sind ja auch etliche Millionen. Die würde man entweder halt für teures Geld zu Ende verwalten müssen, in einigermaßen erträglichen Lebensbedingungen oder in Gottes Namen doch die letzten halt noch schlachten. Oder Notschlachten, wie man es nennen möchte. Und dann würde man aber keine neuen mehr nachproduzieren. Es geht ja nicht darum, dann die vorhandenen Nutztiere in den Wäldern auszusetzen und so weiter. Aber auf sowas kommt man in dem Moment auch gar nicht, wenn man die Frage stellt. So, dann war aber doch ein wichtiger Punkt, der sich mir so dargestellt hat. Ja, man würde sie aber doch ganz anders halten. Und es lief dann darauf hinaus, ja, ich könnte mir vorstellen, bei mir zu Hause, wenn ich Platz hätte und so weiter, ein Schwein zu halten. Andererseits hätte ich dann eine Bindung dazu und ich würde es wahrscheinlich nicht töten wollen. Also würde ich warten, bis es sehr alt und schwach wird und es dann eben eh sterben würde oder so. Und das hat doch gezeigt, dass es nicht egal ist, dann das Nutztier einfach zu schlachten. Und ein anderes Mädchen hat dann gesagt, dass es, wenn man das nun mal braucht, dann muss man ja das Fleisch halt von Nutztieren essen. Das heißt, sie hat auch einfach in die Argumentation eingebaut, die Voraussetzung, dass man es brauchen würde. Ja, dann müsste man da wieder gerade rücken, aber wir brauchen ja nicht unbedingt Fleisch und so weiter. Aber das überstrapaziert dann auch die Situation. Ich habe einfach nur gemerkt, dass die Einstellung Tieren gegenüber doch so ist, dass es eben nicht egal ist, wie man mit den Tieren umgeht. Und die Begriffe und die Kategorisierungen, die sitzen halt fest und in dem Alter, wenn die sich nicht eh schon länger mit dem Thema auseinandergesetzt haben, kannst du auch nicht erwarten, dass das innerhalb so einer Projektwoche komplett alles aufgebrochen und infrage gestellt wird. Durch die Kinder sprechen ja die Stimmen der Erwachsenen im Hintergrund und des gesellschaftlichen Gesamtbildes. Insofern war das insgesamt für mich eine erfolgreiche, aber sehr anstrengende Woche. Ich habe dann auch abgefragt, was waren für euch die Highlights, was war, also ein No-Go oder was hat euch überhaupt nicht gefallen. Und die Highlights waren natürlich das Essen, die allermeisten haben gesagt, die Burger waren das Highlight oder die Spaghetti halt. und was die meisten nicht mochten, das waren die Gespräche morgens. Also dieser Austausch. Ich habe ja morgens in der Regel so angefangen, dass wir das, was wir am letzten Tag zum Film aufgeschrieben hatten, auf dem Arbeitsblatt, dass wir das am nächsten Tag morgens außerhalb des Klassenraums, sie haben immer gesagt, wir gehen jetzt mal raus und sortieren uns dort in Gruppen und unterhalten uns über unsere Antworten auf dem Arbeitsblatt. Und oft habe ich dann die Gruppen zwei-, dreimal durchmischt, sodass die Schüler eher unter sich sprechen eben und nicht immer alles über mich läuft. Ja, dann könnt ihr euch vorstellen, 13-Jährige sitzen im Klassenraum, Oh ja, wir gehen raus. Und dann sind die natürlich gelangweilt mitunter. Aber nicht alle. Manche fanden auch gerade die Gespräche gut. Ich hatte halt auch im Hinterkopf, als Lehrer kannst du ja eh nichts recht machen. Bei so einem Wetter sitzt du im Klassenraum, fängst an zu arbeiten, dann melden sich in der Regel die Leute, können wir rausgehen. Ja, aber das bedeutet in der Regel eigentlich, dass sie halt nichts arbeiten wollen. Ja, ich bin dann halt rausgegangen gleich ohne Aufforderungen mit ihnen. Und ja, also wenige haben tatsächlich geäußert, dass sie gerade die Gespräche und gerade die Kontroversen gut fanden. Die meisten, muss ich schon sagen, fanden die Gespräche, haben es so dargestellt, wie wenn sie es eher langweilig fanden. Aber es gehört halt auch irgendwie dazu. Die Filme haben halt etliche wirklich nicht mitgeschaut. Das ist halt so. Und heute sind wir dann nochmal nach Hause gegangen, haben veganen Döner gemacht und Eierpriesenportionen gemacht. Die Zahl der Fladenbrote ging genau auf. Also wir haben so viel gemacht, dass genau jeder einen kompletten Döner gekriegt hat. Und da hat ihn auch wirklich sehr gut geschmeckt. Und so vielleicht das humoristische Highlight an Urteil war, einer meinte, ja, überall läuft die Soße raus, genau wie beim echten Döner. Also das ist so ein Qualitätsmerkmal dann schon mal. Ja, aber auch dieses Dönerfleisch und so weiter hat ihnen geschmeckt. Das war wirklich ein voller Erfolg. Sie haben alle gemampft und aufgegessen. Und es war sehr gut. Das war unser letzter Tag und manche wie immer haben in der Küche ein bisschen geholfen und die fanden gerade dieses Gesellige sehr schön und haben wirklich auch nochmal betont, dass sie gerne an dem Projekt teilgenommen haben. Unterm Strich, welches Fazit kann man da jetzt ziehen? Es war ein erster, aber recht intensiver Impuls. In dem Alter kann es ja nicht erwarten, dass jemand völlig aus seiner Blase erwacht, seine Einstellungen ändert und dann protestierend jetzt zum Veganer wird. Das ist völlig illusorisch. Das war mir auch vorher schon klar. Das war auch gar nicht das Ziel. Bei mir selbst hat es ja etliche Jahre gedauert und ich war ja schon über 30, bis ich dann den Umstieg für mich geschafft habe. Aber es war ein erster Impuls und es ist schon sehr viel gewonnen, dass wenn sie... Ich habe ja gerade heute auf NTV, glaube ich, wieder irgendwas gesehen, dass jetzt während der Preissteigerungen durch den Krieg, durch den Ukraine-Krieg, durch den Krieg in der Ukraine, viele Menschen nicht mehr so auf artgerechte Haltung oder auf Tierwohl achten würden, wegen des überteuerten Preises oder nicht wegen dieses teureren Preises, aber stattdessen doch eher auf Fleischalternativen setzen würden. Also was ich damit sagen will, in den Medien ist das Thema immer wieder doch präsent und durch so eine Projektwoche verspreche ich mir schon, oder ist es einfach so, die haben dann den ersten Impuls und zwar in vernünftigem Rahmen gekriegt und haben eine vernünftige Person drüber sprechen hören und sich austauschen hören und wenn sie jetzt von anderer Seite wieder mit diesem Thema Veganismus konfrontiert werden, dann wird es schon anders wahrgenommen. Ach ja, da habe ich ja selbst schon mal was dazu gemacht und das sind jetzt keine kompletten Freaks und dann vielleicht lernt sie an der Uni mal tatsächlich noch einen Veganer kennen und dann erscheint es nicht mehr ganz so exotisch und wild und es gibt ja sogar an der Uni Mensa vegane Gerichte und so kommt einfach ein Tropfen zum anderen und irgendwann treffen sie vielleicht doch mal eine Entscheidung. Auf jeden Fall wird sich die Haltung mit der Zeit natürlich ändern, es bedarf vieler kleiner Impulse und dieser Impuls wird schon gar nicht so klein. Genau, jetzt habe ich lange überlegen müssen, weil ich es vergessen hatte. Eine Anekdote ist noch sehr wichtig. Ich habe gesagt, ihr könnt jetzt auch allgemein Fragen stellen noch. Heute ist unser letzter Tag. Ich habe ihnen dann auch noch Zeit gegeben, sich die anderen Projekte ein bisschen anzuschauen, bevor wir dann zu mir nach Hause gegangen sind. Dann kam die Frage, ja, ich verstehe nicht, warum Veganer so strikt sind, dass wenn jetzt jemand Hühner zu Hause hat und die legen einfach nur Eier, warum sie die dann nicht essen würden. Und Hintergrund war also erstaunlicherweise, wenn man über sowas spricht, haben ganz viele Nachbarn, der einfach Hühner hält und von dem sie dann ausschließlich die Eier beziehen. Und hier war aber tatsächlich Kontext. Das heißt, jemand hat behauptet, sein Nachbar hätte Hühner, die aus einer Legeanlage befreit worden seien. Gehen wir mal davon aus, dass das korrekt ist. Also du machst jetzt in einer Nacht- und Nebelaktion, befreist du fünf Hühner und die rennen jetzt bei dir zu Hause rum und picken und denen geht es so gut es gehen kann und die legen halt jetzt weiter ihre Eier. Und warum man diese dann nicht essen würde. Und dann habe ich geantwortet, dass natürlich gemäß der Definition des Veganismus es darum geht, möglichst Tierleid zu vermeiden. Und wenn diese befreiten Hühner jetzt bei mir zu Hause rumrennen und eben Eier legen, dann würde mir wirklich kein Argument einfallen, diese Eier nicht zu essen. Und ich habe dann gesagt, ich hätte keine Hemmungen, die zu essen. Ich habe früher gerne Eier gegessen und ich habe mich jetzt noch nie bemüht, an solche Eier zu kommen. Aber wenn, dann würde ich die wohl auch essen. Ja, warum nicht? Und das hat auch nochmal so ein bisschen klick gemacht, weil wir Veganer ja bei manchen doch einen sehr merkwürdigen, dubiosen Ruf haben, dass wir irgendwie gestört seien und irrational. Jedenfalls nach soweit ich drüber nachdenken kann, hätte ich da keine Hemmungen. Ich habe dann halt gesagt, wir würden halt nicht irgendwo Eier essen, wenn es von glücklichen Hühnern, die extra dafür angeschafft wurden. Also wenn sich jemand fünf Hühner anschaffen würde, die zu Hause bei ihm im Garten glücklich leben, müsste man diese Hühner ja kaufen irgendwo. Und die Hühnerproduktion wiederum ist verbunden mit dem sogenannten Sechsen, also der Geschlechtsbestimmung. Und mit den Hähnen kann man nun mal nichts anfangen. Die würden dann getötet werden, weil man eben Hähnen hervorbringen möchte. Und deswegen würde ich solche Eier nicht essen. Also mein Neffe hat Hühner. Und da habe ich mal früher unserem Sohn gesagt, ob er mal ein Ei probieren möchte. Von diesen Hühnern können wir mal ein Ei mitnehmen. Aber das wollte er damals gar nicht. Deswegen habe ich jetzt, seit ich vegan bin, auch noch nie ein Ei gegessen. Aber wie gesagt, für mich als Erwachsener würde ich solche Eier auch ablehnen, wenn die Hähnen dafür extra erworben worden wären. Aus den genannten Gründen, weil eben die, man nennt sie glaube ich, Bruderhähne dann eben auch nicht verwertbar sind und deswegen getötet werden. Sie kommen immer noch aus diesem System der Hühnerproduktion, das wir Veganer halt ablehnen. Gut, jetzt reicht das für dieses Projekt. Wir sind jetzt 18 Minuten dabei. Es ist ja dauerhaft online. Heute gibt es keine Materialien zum Runterladen. Wir haben heute auch uns keinen Film angesehen. Das Projekt ist beendet. Ich habe eine spannende Frage in den Kommentaren zum letzten Video erhalten. Die werde ich wahrscheinlich demnächst als gesondertes Video einfach nochmal aufgreifen. Ansonsten freue ich mich über eure Rückmeldungen. Wenn ihr Rückfragen habt, stehe ich gerne zur Verfügung. Schau einfach mal, wie sich diese ganze Playlist jetzt entwickelt. Okay, in diesem Sinne, das war das Schulprojekt Praktisch Vegan 2022. Für mich sehr, sehr anstrengend. Ich bin zwiegespalten, ob ich es nochmal machen würde. Einerseits, und das wäre auch eine Motivation für euch andere, falls es jemand auch durchführen möchte. Die Materialien sind ja nun erstellt. Ich hätte jetzt nicht je, und ich müsste kein Video mehr abends aufnehmen. Wenn ich es nochmal machen würde, würde ich nach Hause kommen, hätte das Material für den nächsten Tag schon vorbereitet. Hätte schon die Videos parat, die ich mir angesehen habe mit den Leuten. Die Videos waren alles sehr moderat. Also ich habe da kein wirklich krasses Material gezeigt. Das meiste lief irgendwann sowieso im öffentlichen Fernsehen. Und es ging dann nie auch um die, also die Option auf tierische Produkte zu verzichten, kam in keinem der Videos vor. Es ging immer nur um Verbesserungen der Haltungsbedingungen und so weiter. Alles andere wäre auch überstrapazierend dann für die Altersklasse und den Kontext. Gut, also insofern, die Materialien sind fertig. Ihr könnt euch gerne daran bedienen und alles ist vorbereitet. Ihr könnt das Projekt eins zu eins so für euch umsetzen, eure eigenen Erfahrungen sammeln, es ein bisschen abwandeln und so weiter. Ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldungen. Das war es jetzt aber wirklich. Bis zunächst an weiteren Videos irgendwann außerhalb dieser Playlist. Bis dann. Tschüss, euer Cyberphilosoph.